Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy X. Immer noch in der Donnersteppe unterwegs und wir werden, wie ich das am Ende der letzten Folge bereits angekündigt habe, jetzt erstmal ein paar Schritte zurücklaufen, denn ich habe die westliche Seite dieses Gebietes hier beim letzten Mal hoffentlich gründlich genug abgesucht und möchte das diesmal auch mit der östlichen Seite tun. Deswegen werde ich jetzt vorübergehend erstmal alle Kämpfe rausschneiden, sobald wir uns in den neuen Bereich hinbegeben, lasse ich wieder ein paar davon drin. Ich werde jetzt auch zwischenzeitlich keinmal das Sphéro-Brett aufsuchen, sondern einfach nur durchmarschieren und mir ist es in der letzten Folge kein einziges Mal gelungen, diesen ollen Blitzen auszuweichen. Habe es auch nicht so wirklich drauf angelegt, aber trotzdem. Nicht allzu gut für die persönliche Statistik, würde ich sagen. Au. Und ich hoffe natürlich, dass das jetzt hier nicht ganz umsonst ist, was ich hier tue. Warte mal. Da gibt es eine kleine Abzweigung, wenn da mal nicht eine Kiste drin ist. Bitte. Jawohl, es war zumindest nicht ganz umsonst. Wasserbombe erhalten. Könnte für diesen Dungeon gar nicht mal so uninteressant sein. Lass mal eben kurz gucken. Warte mal. Ne, der hat jetzt aktuell keinen Nässe-Schlag mit drin. Den könnte ich ihm aber geben. Ich glaube, das sollte ich dann auch erstmal tun. Ich muss aufpassen, dass wenn ein seltsam leuchtendes Monument ist, wenn wir hier wieder raus sind, dass ich mein Equipment dann dementsprechend wieder anpasse. Aber ich glaube, das dauert noch ein Weilchen. Diese kleinen Elektroteilchen, die machen übrigens scheinbar nur den ganz schwachen Blitzzauber. Ich hatte ja beim letzten Mal die Befürchtung, dass die imstande sind, die richtig miesen Zauber schon zu casten. Aber ist gar nicht so. Insofern kann ich dahingehend auf jeden Fall auch beruhigt sein. Oh, ich glaube, wir werden gleich viel auf dem Sphärobrett machen können. Da freue ich mich schon drauf. Aber warte mal. Erstmal hier nicht nachlässig werden. Eine Kiste hatten wir. Es war also nicht komplett umsonst. Aber vielleicht geht da auch noch mehr. Ja, theoretisch müsste ich auch hier mal hinter den einzelnen Säulen nochmal genauer nachsehen. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt. Weil irgendwie ist mir die Gegnerfrequenz hier viel zu hoch. Au. Ich laufe jetzt einfach nur die Ränder ab. Ansonsten kommen wir hier nämlich gar nicht mehr vom Fleck. Und ich mag das auch nicht, das so zackstücke zu kommentieren. Auf der anderen Seite ist das ja jetzt hier natürlich eine neue Ecke. Das will ich dann ungerne ohne euch erkunden. Denn ich darf ja auch gleich nochmal durch die komplette Mitte laufen. Warte mal, ich habe gerade einen Donnerwappen gefunden. Ich glaube, das haben wir schon. Jawohl. Aber vielleicht ist das trotzdem irgendwie besser. Strom. Ne, das mit den 5% hat sie jetzt schon mit HP, Boost und so. Jawohl. So, wir sind im Eingangsbereich. Das Ziel ist also greifbar. Ich wollte gerade ins Menü gehen, denn ich habe ein wahrscheinlich mega sinnloses Item bekommen, was mich gar nicht weiterbringt. Aber angucken muss drin sein Stromschlag. Okay. Hilft uns hier nicht wirklich weiter. Ach, warte mal. Ich wollte mich eigentlich hochheilen. Du, ich werde jetzt mal kurz die Sphärobrettverstärkung mitnehmen und den ganzen Rückweg dann zu diesem Gasthaus da, wo ich den Part auch gestartet habe, dafür dann rausschneiden. Okay. Das ist krass. Ich bin schon bei fast 20 Minuten Aufnahmezeit, aber ich wusste am Ende der letzten Folge schon, dass das hier ein bisschen chaotisch starten wird. Insofern alles okay. Okay, äh, warte mal, wo wollte ich hin? Hier wollte ich hin, weil Sackgasse, richtig? Ich mache das einfach mal. Bei jeder Verstärkung verkürzt mir dann vielleicht auch den ein oder anderen Kampf, gerade wenn meine Leute häufiger rankommen, häufiger ausweichen, ich weniger heilen muss und alles drum und dran. Das, äh, sollte sich auf jeden Fall irgendwie bemerkbar machen. Irgendwie hat der hier gerade voll die flaute Strecke, der gute Auron. Der gute Auron. Dann, wir sind da los. Kommen hoffentlich bald auf wieder bessere Zeiten hier auf seinem Sphärobrett. Für Lulu sieht es dafür umso besser aus. Einmal für die Abwehr und einmal für die Zauberabwehr. So muss das. Und Riku, die ist ja sowieso die Abräumerin hier überhaupt. Äh, warte mal, der normale, richtige Weg ist dieser hier, richtig? Das heißt, bis hierhin kann ich sie gehen lassen. Dann wird es Zeit, ein bisschen was zu lernen. Und dann kommt sie gleich in den nächsten Teilbereich. Das ist auf jeden Fall mehr als praktisch. Und sie lernt was Neues. Fortuna wird wahrscheinlich den Glückswert steigern. Sinngemäß. Ja, wir gucken jetzt erst mal hier noch. Äh, und ich sehe da rechts wieder etwas, was mich ein bisschen verunsichert. Warte mal, das muss ich gleich mal checken. Kein Sphärobrettbesuch ohne Irritation. Achso, hier hätte ich das, ähm, diesen Level 3 Sphäro-Stop benötigt. Alles klar. Aber guck mal hier, das ist doch ein Grund, die Arme hochzureißen und Hurra zu schreien, oder? Ja, endlich haben wir nämlich Vitra. Das wird das Ganze nochmal zusätzlich vereinfachen. Begrüße ich auf jeden Fall sehr. Hier kommen wir leider noch nicht durch, aber ist nicht schlimm. Waka darf jetzt auch nochmal. Einmal hier die Runde rum. Äh, und dann haben wir einmal den Sphäroiden. Und ein bisschen mehr MP, die er zuletzt auch kaum, beziehungsweise gar nicht gebraucht hat. Aber so sieht das doch schon besser aus. Wir sehen uns gleich im Reisebedarf wieder. Wow, dieses bisschen hin und her gelaufen, in Anführungsstrichen, hat jetzt 32 Minuten lang gedauert. Also ich war, äh, gut lange unterwegs, kann man glaube ich so sagen. Auf jeden Fall, das ein oder andere Level Up ist drin. Ich werde jetzt hier für die nächste Wegstrecke dann auch erstmal davon absehen. Ich zeige euch auch gleich wieder ein paar Kämpfe. Ich glaube, dieser Part bleibt, egal wie lange der am Ende dauern wird, so oder so, äh, relativ kampflastig. Aber ist auch okay. Wir haben ja zuletzt in Guadalajara viel Story-Input auch bekommen. Und das ist doch eigentlich ganz cool. Wenn das immer mal wieder so ein bisschen hin und her switchen. So, Kimahari, Rückzug für dich. Und zwar, ach, ich komme gar nicht so weit. Dann laufen wir halt einmal bis hier hin. So, bei Orin kommt jetzt auch wieder Bewegung rein, in zweierlei Hinsicht. Denn endlich darf er auch mal wieder ein Upgrade gesponsert bekommen. Und hier, äh, genau, in diese Richtung ging es nicht. Deswegen latschen wir jetzt mal diese Route entlang. Mit ein bisschen MP-Boost, der in ihrem Fall nicht schaden kann. Riku jetzt auf ähnlichem Level-Niveau langsam wie alle anderen auch. Ich glaube, sie hat ganz gut aufgeholt jetzt über die Zeit. So, wacker ein Schritt nach vorne. Meine Leute sind, ihr werdet das gleiche in den Kämpfen auch sehen, eigentlich schon ganz gut dabei. Also richtig gefährlich wird hier kein Kampf mehr. Die Hinterhalte sind manchmal ein bisschen unangenehm. Aber ich glaube, wir sind ganz gut gewappnet für das, was jetzt kommt. Ich weiß auch nicht mehr, ob wir für den nächsten Abschnitt auch neue Gegner auf uns warten. Beziehungsweise im neuen Abschnitt. Huch, voll erschrocken. So, ich werde jetzt aber trotzdem einmal kurz den anderen Weg hier mal probieren. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir da auch im gleichen Gebiet rauskommen. Ja, guck mal, man sieht oben links in der Minimap schon, ne? Die linke Route wird dann... Oh, hier ist direkt eine Kiste. Wird dann wahrscheinlich wieder zum Reisebedarf führen. Ich werde das jetzt nicht austesten, weil ich das Gefühl habe, dass hier wirklich alle zwei Schritte irgendwie ein Gegner auf uns wartet. Okay, der ist neu. Keine weiteren Fragen. Aber ich finde das sehr cool, weil ich bin jetzt ein bisschen übersättigt durch die ganze Kämpferei. Und finde es gut, wenn hier mal ein bisschen Abwechslung herrscht. So, warte mal, wer bist du denn überhaupt? Eisengigant. Keine Elementarschwäche, ungeil. Äh... Äh, warte mal. Ne, ich muss jetzt... Oh, jetzt bin ich schon wieder total aus dem Konzept. Ich bin gerade so in meinem Modus anhand der letzten Gegner, dass ich schon wieder voll vergessen habe, was ich hier eigentlich machen will. Lichtschleier. Klingt schon mal gar nicht so verkehrt. Ähm... So, wir greifen einfach mal an. Hier wäre jetzt sowas wie Panzerbrecher, glaube ich, ganz gut. Äh, Kraftbrecher kann aber, denke ich mal, auch nicht schaden. Ich bin gespannt, was der am Ende an Energie und sowas alles abwirft. Autsch. Trotzdem kein Weltuntergang. Es ist alles im Rahmen. Das Leveln hat sich so ein bisschen bezahlt gemacht. Dann können wir Tides auch mal attackieren lassen. Der verträgt ja ein bisschen was. Also, theoretisch kann hier jeder mal in den Angriff gehen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass hier irgendjemand nicht mehr zum Zuge kommt. Äh, der ist aber nicht immun. Und wir weichen ab und zu aus. Aber ich glaube, das ist eh so eine Spezialität vom guten Tidus. So, wollen wir mal Eisra probieren? Irgendwas, was nicht elektronisch anmutet, kann, glaube ich, nicht verkehrt sein. Und den Rest, den kämpfen wir jetzt einfach runter. Primär mit Auron und Kimari, wenn ich denn schon die Wahl habe. Und ja, ich habe noch Ekstase-Fähigkeiten, die ich einsetzen könnte. Aber es geht in der Regel auch so. Insofern behalte ich das auch erstmal bei. Und dadurch, dass er so oft daneben haut, muss ich es auch nicht zwingend auf diesen Erblindungsstatus bei denen anlegen. Aber dieser Lichtschleier, der ist interessant. Irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht kommt das auch nicht von ungefähr, dass dieser Lichtschleier irgendwelche guten Verbesserungen hervorbringen könnte. Vielleicht ist mein Unterbewusstsein da schon wieder gut dabei. Ich weiß es nicht. So, kommen jetzt nur noch diese Gegner hier? Oder gibt es ja auch normale Standard-Gegner? Ich weiß es nicht. Ich lasse den jetzt noch ein zweites Mal drin. Aber ich denke, danach haben wir den eigentlich schon oft genug gesehen, oder? Was sagt ihr? Jetzt wäre das natürlich praktisch, wenn das ein Livestream wäre, nicht wahr? Obwohl, nee, das geht ja gar nicht im Livestream. Ich kann das ja dann nicht rausschneiden. Da müsstet ihr euch das ja angucken. Egal, ob ihr wollt oder nicht. Von daher, ja, den gucken wir uns noch an. Danach wird dann rumgeschnibbelt. So, Dulu einmal zaubern pro Kampf. Sollte drin sein. Ich meine, dass der auch mehr Erfahrungspunkte dargelassen hat, als die anderen Gegner, die wir vorher bekämpft haben. Au. Das hat wehgetan. Aber pflastert ruf und weiter geht's. Binti, vielleicht haben wir ja jetzt mal Erfolg. Nö, der scheint das immer irgendwie ganz effizient abzublocken, ne? Wie es aussieht. Wie gesagt, sobald Tydes mit seiner Ekstase-Leiste wieder voll ist, werde ich das auch direkt zum Einsatz bringen. Und ich zauber deshalb jetzt nicht die ganze Zeit mit Lulu, weil ich mir ihre MP so ein bisschen aufheben will. Dadurch dauern die Kämpfe zwar ein bisschen länger, klar. Aber am Ende werden wir die vielleicht anderswo eher bebrauchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier der einzige Gegner ist. Ich glaube, das war gerade totaler Zufall, dass der zweimal hintereinander kam. Aber gleich sind wir schlauer. Was haben wir denn da bekommen? Glühband? Glühband müsste für Sir Oran sein. Und bietet einen HP-Boost. Okay. Darf ich mal ganz kurz? Einfach nur aus Spaß an der Freude. Ja, guck mal. Strom 50% war nämlich, als ich das erste Mal nachgeschaut habe, noch nicht verfügbar. Nur Strom, weil... Notshell ist, glaube ich, auch neu. Durch die Mondschleier ist nachvollziehbar. Autoprotest. Ich wusste es. Leute, Unterbewusstsein for the win. Ich wusste es, dass diese Lichtschleier nicht unerheblich sind. Ja, krass. Autoshell und Autoprotest. Autoprotest. Beides super interessant. Autoprotest würde ich am liebsten noch früher verbauen. Aber man sieht ja auch nicht, wie viel man insgesamt braucht. Das zeigt einem das Spiel unfairerweise nicht an. Aber jetzt freue ich mich umso mehr, wenn wir mehr von diesen Eisengiganten noch zu sehen bekommen. Bei denen werde ich das dann fleißig wegklauen. Die gab es in der Zweierkombination seinerzeit auch nicht. Aber von denen kann ich mir ein paar Mondschleier noch wegklauen. Das ist schon mal ganz gut. Und ansonsten sind die halt relativ unspektakulär. Ich habe die jetzt schon zigtausend Mal gesehen, als ich dieses erste Gebiet nochmal erkundet habe. Die sind ja nicht ganz ohne, aber auch nicht mehr gefährlich. Ich glaube, das gilt aber auch für alle Gegner, die hier noch so rumkraucheln. So, ich glaube, ein Wasser reicht immer noch nicht aus, um einen Instant zu töten. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Der hier war ja schon vorbeschädigt, sage ich mal. So, immer lassen wir Autran teilhaben. Ich finde es immer ein bisschen mau, wenn nur zwei Gegner da sind. Ich glaube, das am liebsten, wenn da drei sind. Oder wenn da zumindest ein Starker mit dabei ist. Also jetzt wieder Eisengigant zum Beispiel. Aber das ist schon wieder Meckern auf hohem Niveau. Aber ich bin Level-Upsüchtig. Das ist ja nun auch kein Geheimnis mehr, ne? In Spielen, wo es irgendwo einen Erfahrungsboost gibt, egal wie niedrig der ausfällt, da stürze ich mich drauf wie so ein ausgehungerter Löwe. So, hier haben wir jetzt den dritten Stein, beziehungsweise das dritte Monument. So, und ich... Boah, ich glaube, komm, den kam vielleicht noch den nächsten. Und danach fange ich aber wieder an, das rauszuschnippeln. Ey, ich glaube, das könnte die längste Aufnahmerunde ever sein. Hä, warte mal. Achso, Waka ist schon im Team drin. Okay, warte. Dann darfst du einmal den kaputt hauen. Dann darf Waka einmal den kaputt hauen. Dann kommt Riku ins Spiel, die jetzt nur eine olle Goldnadel holen wird. Aber die Kampfkonstellation hat es gerade irgendwie nicht so anders zugelassen. Also, hatst du schon, aber ich wollte es nicht anders machen. So wird nämlich ein Schuh draus. So, Kimari darf das einmal weg verteidigen. Lulu ganz genauso. Waka war gerade schon Teil. Das wird den finischen. Das heißt, die Yuna wird noch einmal den hier machen. Und so sieht mein ganz normaler Hügelalltag in Final Fantasy X aus. Aber wenn man sich mal die Mühe macht und parallel dazu auf die Uhr guckt, ne, das zieht sich natürlich über die Zeit. Aber es ist okay. Der Faktor Zeit ist nicht so problematisch wie zu schwere Kämpfe. Wobei, das hängt auch so ein bisschen mit dem Spiel zusammen. Vielleicht war das gerade kein gutes Pauschalurteil. Denn manchmal, manchmal ist das bei mir auch genau umgekehrt. Da stört mich das eher, wenn das zu lange dauert. Und da würde ich mir eher wünschen, dass die Kämpfe schwerer werden, aber dafür schneller über die Bühne gebracht werden können. Muss ich mal kurz kratzen. Ähm. Wie machen wir denn hier zuerst platt? Ich glaube, die Gegnerzusammenstellung hatte ich bisher auch noch nicht so oft. Aber alles noch im Rahmen. Lulu darf jetzt den vernichten. Waka kommt dann als letztes ins Spiel. Alle anderen werden erstmal wieder brav abwehren. Dazu gehört jetzt noch Kimari. Und dann der brave Tidus. Und dann haben wir es auch geschafft hier in der Krabbelgruppe. Wenn Waka jetzt nicht daneben haut. Ballert. Wie auch immer. Und tschüss. Jawohl. Vielleicht der letzte Kampf, den wir in diesem Part gesehen haben. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall, sobald alle da mindestens eine 3 zu stehen haben oder so. Äh. Werde ich wahrscheinlich die nächste Runde auf dem Sphärobrett laufen. Da hat es den Tidus jetzt ein bisschen erwischt. Äh. Ich springe jetzt übrigens immer so ein bisschen überhastet ins Menü, weil ich keinen Bock habe, vom Blitz getroffen zu werden und dann direkt im nächsten Kampf zu landen. Ne, warte mal. Wir spendieren jetzt hier mal etwas bessere Heilung. So, da oben ist der nächste Speicherpunkt. Kann es sein, dass dieser Abschnitt gar nicht so groß ist? Oder bille ich mir das ein? Egal. Finden wir es heraus, indem wir nach vorne laufen. Da ist übrigens das vierte Monument. Äh. Vielleicht sollte ich es einmal anditschen. Damit werde ich jetzt, ja. Den nächsten vermeidbaren Kampf provozieren, wollte ich gerade sagen. Hier laufe ich jetzt auch nur wieder rein, weil Berico ein bisschen angeschlagen ist. Vielleicht auch ein bisschen mehr. So. Hätten wir das auch geklärt. Wahrscheinlich geht jetzt ja auch gleich die nächste Cutscene irgendwo los. Neue Waffe für Kimari. Die klang auch relativ vielversprechend, weil da irgendwas mit Stärke drin war. Hier, Stärkejäger. Durchschlag und Kraftwandler. Ich glaube, das könnte gegen diese Eisengiganten oder wie die heißen gar nicht mal so verkehrt sein. Allerdings habe ich bisher auch echt wenige von denen nur angetroffen. Mann, ey, diese Blitze. Ich will jetzt kurz zum Speicherpunkt, um mein Zeug hier wieder aufzufüllen. Es gibt momentan eine Sache, die mich eigentlich nur richtig, richtig stört. Und das ist, dass ich derzeit ständig in Hinterhalte gerate. Und ich keine Ahnung habe, wie ich das irgendwie unterbinden kann. Weil die Kämpfe dauern so schon relativ lang. Aber wenn mir dann direkt zu Beginn ständig ein Kampfnachteil entsteht, dann ist das dezent frustrierend an der einen oder anderen Stelle. So, aber egal. Wir bekommen Blindschock. Ich wollte eigentlich gar nicht sagen, dass wir einen Blindschock bekommen, aber wir bekommen... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Warte mal, was ist denn das, was ihr hier als nächstes lernt? Subvita. Das zieht, glaube ich, dem Gegner Lebensenergie ab und führt sie einem selber zu. Kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein. So. Warte mal, also ich gehe erstmal auf jeden Fall hier hin. Aber warte mal, das Problem hatte ich doch in der letzten Folge schon, dass ich irgendwie nicht gepeilt habe, wo jetzt hier der richtige Weg ist für ihn. Moment. Moment, ich wäre doch gelacht. Achso, nee, hier kann ich ja jetzt gar nicht mehr weiter was aktivieren. Äh... 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 Muss ich denn wirklich hier durch? Gab es nicht irgendwie einen anderen Weg noch? Okay, also Kimaris Route ist auf jeden Fall nicht so ganz durchschaubar für mich. Wessen Pünktchen sind das denn hier? Ach, dann ist er in Tidus Gefilden unterwegs. Okay. Ja. Aber guck mal, egal welche andere Route wir jetzt, äh, genauer beleuchten. Er ist im Grunde genommen uns umzingelt von seinen Mitstreitern. Das heißt, für irgendeinen Weg müsste ich mich entscheiden. Hier hätte ich ihn auch hinschicken können. Das ist wahrscheinlich die Waka-Ecke, ne? Ja, wäre vielleicht eine Überlegung wert, wenn das nicht mit so viel Lauferei verbunden wäre. Aber wenn ich jetzt nichts übersehen habe, dann lass uns doch einfach mal hier weiterlaufen. Und ich meine, er ist von seinem Kampfstil, Tidus sowieso am nächsten. Insofern ist das schon okay. So, warte mal. Ey, hier ist schon wieder voll die Flaute. Irgendwie ist seine Route definitiv mit zu vielen leeren Feldern gespickt. Und ja, ich weiß, dass ich Spheroiden habe, um da irgendwelche Statuswerte raufzupacken. Aber die will ich mir vorerst noch aufheben. So, da lernt Juna auch gleich wieder was Neues. Geschick um vier. Und Magie auch. Wow, wow, wow. Bei ihr geht das auf jeden Fall gerade gut ab. Hier brauche ich, glaube ich, ein Level-3-Teil. Genau. Ich finde das immer noch ein bisschen schwer zu erkennen. Schimpft mich blind, Fisch, aber ist so. Shell. Okay. Shell haben oder Shell nicht haben. Das wird irgendwann sicherlich den Unterschied machen. Aber vorerst nicht in diesem Dungeon. So, Kraftspheroid einmal für ihn. Und Riku wieder vier Felder, die sie sich weiter bewegen kann. Und mitunter eine neue Ability, die sie da lernt. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. So, was wird es sein? Was wird es sein? Was wird es sein? Bestimmt was voll Schwaches. Almosen. Äh, war das nicht... Also entweder sie zwackt dem Gegner irgendwas ab oder sie beschmeißt den Gegner mit Geld. Ich glaube fast, dass es Letzteres war. Aber beschwören will ich es jetzt nicht. Ich kann ja auch nicht beschwören. Ich bin ja auch kein Medium. So, bei Dulu ist der Weg erstmal klar. Und ich finde ihre Farbe auf jeden Fall am schönsten. Hier von den ganzen Linien und Pünktchen und hast du nicht gesehen. Jawohl, so. Hier können wir dann noch einen kleinen Abstecher machen. Und der Rest? Hier lernt sie Bio. Wann kommen denn die ganzen Garzauber eigentlich? Die werden wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen. Gravitas. Na gut. Alles noch Zukunftsmusik. Auf jeden Fall ist die Gruppe wieder gut gestärkt. Und ich stürze mich jetzt mal weiter ins Getümmel. Boah, ey. Das wird vielleicht die längste Aufnahme ever sein. Und ja, ich habe es gerade nochmal gecheckt. Almosen beschmeißt den Gegner tatsächlich mit Gil. Und macht ihm wahrscheinlich auf... Also basierend auf der Höhe der geworfenen Gil dann dementsprechend auch Schaden. Das finde ich hier gerade gar nicht mal so schlecht mit dem 10%-Bonus. Ich glaube, das kriegt er jetzt auch. Wisst ihr was, Leute? Ich werde diese Strecke jetzt nicht zweimal ablaufen, sondern das so machen. Ich gucke jetzt so ein bisschen links und rechts und werde dann im Nachgang mir... Oh. Somehow, my bad feelings always come true. I've decided to marry. I thought so. But, but why? Why'd you change your mind? For Spira's future and Yevon's unity. I thought it would be the best thing to do. That's not good enough. Wait, is it? Is it because of Lord Jiskul? Hey, that's fear! Show me. I can't. I must speak to Maester Seymour first. I truly am sorry, but this is... it is a personal matter. You're kidding, huh? As you wish. I'm sorry. Just one thing. I won't quit my pilgrimage. Then it is fine. Wait a minute, Oren. You don't care. I mean, you're not gonna stop her. No, I'm not. As long as she is willing to face sin, all else is her concern. That is a summoner's privilege. As long as she journeys. But that's... Yuna, just one question. Can't you just talk to Maester Seymour? You got to marry him? Don't know. But I think it is the right thing to do. Okay, I guess. Yuni! Quiet! I wish we could help somehow. Some way. It's okay. I'll be fine. She says I'm sorry. He says it's fine. She's willing to face sin. She's privileged. I didn't understand. But somehow, I felt like I didn't belong. But if I didn't belong with them, I'd be stuck in Spira. Alone. And being alone in that place, well, I didn't want to think about it. Next, we're going to Makalania Temple. Yuna can talk with Seymour there. We Guardians will wait until they're done and plan our next move. Understood. Schwer. Schwere Situation. Und zwar für alle Beteiligten, aber am meisten tut mir irgendwie Tidus leid. Und Yuna natürlich. So, aber ich habe gerade eine interessante neue Waffe bekommen. Also zumindest alles, was für Riku momentan droppt, ist interessant. Ich gebe hier mal die neue, weil die mehr Slots hat so. Ja, ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Am Ende ist es ihre Entscheidung. Aber gut finden muss man das ja trotzdem nicht. Boah, ich dachte echt nicht, dass das hier so viele wären. Was ich sagen wollte, bevor die Cutscene angefangen hat, ich werde, sobald ich diesen Part hier abgeschlossen habe, mir mal eine Map aufrufen und gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Da ist schon wieder so ein Kaktorteil. Das Ding ist, ich werde wahrscheinlich für die Monumente sowieso irgendwann nochmal zurück müssen im Rahmen von irgendeiner Aufgabe. Also schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß den Kontext zwar nicht mehr, aber irgendwas, irgendwas war da. So. Was wollte ich noch machen? Achso, ja, heilen. Heilen, genau. Ich habe da im Hintergrund übrigens schon die Kiste gesehen. Die steuere ich jetzt mal als nächstes an. Und vielleicht habe ich ja Glück und am Ende entgeht mir hier gar nichts und ich übertreibe hier einfach wieder maßlos. Ich meine, die Donnersteppe, die ist ja sowieso die ganze Zeit über betretbar. Ist also kein kritisches Gebiet. So, warte mal, jetzt hat mich der Blitz hier gerade etwas verwirrt. Für ihn gab es nämlich was Neues. Gut, Stromschlag wird uns herzlich wenig bringen in diesem Gebiet. Aber vielleicht können wir es ja trotzdem irgendwann zu unserem Vorteil nutzen. Who knows? So, ist die Steppe hier jetzt zu Ende? Ich wäre auf jeden Fall nicht traurig, wenn es so wäre. Bitte, bitte. Bitte. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Oh mein Gott, ich weiß, wo wir sind. Ich habe es tatsächlich geschafft. Warum kann ich ihn irgendwo speichern? Nicht, dass ich jetzt in die Arme des nächsten Bosses reinlaufe. Ich glaube, hier gibt es jetzt aber auch Gegner. Ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, wenn ich darauf hinweise, so ganz dezent, dass wir uns im Makalania-Wald befinden. Einen Ort, mit dem ich viel verbinde. Unter anderem eine sehr nervige Nebenaufgabe, die für den Erwerb einer Solaris-Waffe erforderlich ist. Ich weiß nicht mehr genau, für wessen könnte es Kimaris gewesen sein. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall werden wir hier gut beschäftigt sein. Auch für die Gegner, glaube ich, nicht so ganz ohne sind. Aber das ist noch Zukunftsmusik, Leute. Erstmal muss ich in Erfahrung bringen, bevor ich diesen Part hier beende, ob ich in der Donnersteppe was ausgelassen habe. Im schlimmsten Fall werde ich nämlich beim nächsten Mal nochmal zurücklatschen dürfen. Aber ich glaube, hier gab es später auch irgendwie die Möglichkeit, die Encounter-Rate auf 0 zu setzen. Ich weiß aber nicht mehr, wie man da rankommt. Gegebenenfalls kann ich das noch nachrecherchieren. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt schon möglich ist, das irgendwie auf 0 zu setzen. Will ich ja so gesehen auch gar nicht. Nur in der Donnersteppe ist es halt besonders nervig, weil es so viele sind. Ich habe auf jeden Fall schon lange keinen Part mehr aufgenommen, den ich so zerhackstückelt nur kommentiert habe. Das sind auch nicht unbedingt meine Lieblingsparts. Aber jetzt gerade bin ich unfassbar froh, dass ich diese olle Steppe hinter mich lassen konnte. Warte mal. Jetzt schaltet sich mein Bildschirm schon wieder fast aus. So, nach Süden kommen wir nicht weiter raus. Das ist okay. So, bei Kimari wird es jetzt interessant, denn hier gibt es eine neue Route für ihn. Gut, dass ich die Sphéro-Pässe nicht vorher alle schon verballert habe. Also gut, man bekommt auch relativ viele gesponsert, aber trotzdem. So. Waka. Mit Waka können wir bis hierhin schon mal vorpreschen. Ihm einmal das mitgeben. Einmal ein bisschen Magie. Was ist das denn da unten für eine komische Triangel? Ich glaube, da werden wir uns als nächstes hinbegeben. Und Subvita hat er auch gelernt. Jawohl. So, Bewegen ist nicht mehr drin. Oren darf dafür wieder ein paar Schritte weiterlaufen und kommt endlich mal wieder in einen Bereich, wo er auch ein bisschen was an Verstärkung mitnehmen kann. Ist ja nicht zu fassen, wie lückenhaft seine Route hier teilweise ist. Und trotzdem ist er so unfassbar stark und gut dabei für unser Team. So. Hätten wir das auch geklärt. Dann hoffe ich jetzt mal, dass die nächste... You're worried about Yuna. Of course I'm worried about her. What is she thinking? The simplest answer would be... In exchange for agreeing to marry him, she hopes to negotiate with Seymour. Negotiate what? I wonder. What? All by herself? She's strong, but Seymour is the better negotiator. Well then, why don't we do something about it? Yuna wants it this way. I just don't get it. Doesn't she trust us? On the contrary. She doesn't want us caught up in whatever it is she's planning. Yeah, that's what I thought. But that makes me worry even more. She could just tell us. That's the way she is. She's naive, serious to a fault, and doesn't ask for help. You're probably right. Yuna's easy to read. Yeah, she is. But hard to guard. Stand by her. Always. I don't know. Slowpokes! Entschuldigung! Es ist lustig, wie calm ich war. Vielleicht war es, weil ich wusste, dass Yuna nicht mit Seymour verabschiedet hat. Nicht wirklich. Es war nur sie, was sie zu tun, etwas, was sie zu tun, bevor sie zurückkommen zu ihrer Pilgrimatur. Das ist das, was ich mir immer gesagt habe. Und, naja, vielleicht... Ich wusste, dass Yuna und ich nie... Sie wissen. Yuna, los geht's! Es ist vor allen Dingen so schön, die Donnersteppe hinter sich gelassen zu haben. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich kann's gar nicht oft genug sagen. Gut, ihr Lieben. Noch mal kurz als Abriss, falls ihr euch wundert, was es mit der heutigen Partlänge auf sich hat. Vielleicht kommt's wieder genau hin, vielleicht auch nicht. Ich nehme mir jetzt eine Stunde und 20 Minuten auf. Vielleicht habt ihr jetzt den kürzesten, vielleicht den längsten Part dieses Let's Plays gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich verlasse mich jetzt auf mein Bauchgefühl und mache hier einfach einen Cut. Wenn es Auffälligkeiten gibt, war es nicht beabsichtigt, aber ich brauche mich ja auch nicht rechtfertigen. Ich wollte es nur gesagt haben, weil die Zeit, die ich tatsächlich spiele, häufig von der abweicht, die ihr tatsächlich zu sehen bekommt. Gerade bei rundenbasierten Kämpfen mit viel rausgeschnippel und so. Aber gut. Ihr wollt das nur kurz mal erwähnt haben. An dieser Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!